In diesem Video möchte ich Ihnen Sicherheitshinweise und weitere Tipps für den Einsatz im Unterricht geben. Bitte beachten Sie, dass sich die hier gegebenen Hinweise auf den aktuellen Stand zum Jahr 2021 beziehen. Rechtliche Grundlagen und auch Sicherheitshinweise können sich ändern und müssen vor dem Einsatz von VR-Headsets im Unterricht selbstverständlich in der dann jeweils aktuellen Fassung beachtet werden. Der erste Punkt, der beim Einsatz von VR-Headsets im Unterricht beachtet werden sollte, ist das Alter der Schülerinnen. Je nach VR-Headset werden unterschiedliche Angaben von Seiten des Herstellers gemacht. Die meisten Hersteller geben an, dass die Headsets nicht von Kindern unter 13 Jahren genutzt werden sollten. Dennoch sollten unbedingt vor Nutzung der Headsets das empfohlene Alter in Erfahrung gebracht werden. Ein weiterer Punkt, der unbedingt zu beachten ist, sind mögliche Vorerkrankungen der Schülerinnen und generell deren Gesundheitszustand. Sollten Vorerkrankungen vorhanden sein, die unter Umständen Probleme bei der Nutzung des VR-Headsets hervorrufen könnten, wie zum Beispiel Epilepsie oder eine Störung des Gleichgewichtssinns, so sollte die Nutzung der VR-Headsets zunächst mit den Eltern besprochen und gegebenenfalls von ärztlicher Seite aus abgeklärt werden. Generell besteht die Gefahr, dass es beim VR-Erlebnis durch schnelle Bildfolgen und Lichtblitze zu einer Überstimulation und gegebenenfalls auch einem Krampfanfall kommen kann. Falls epileptische Anfälle bereits in der Vergangenheit aufgetreten sind, sollte von einer Nutzung des VR-Headsets abgesehen werden. Viele kennen den Zustand, wenn sie während einer Autofahrt ein Buch lesen, Unwohlsein, Schwindelgefühl oder gar Übelkeit treten auf. Die Reaktion wird als Motion Sickness beschrieben. Der gleiche Effekt kann bei manchen VR-Anwendungen auftreten, wenn die Augen rückmelden, dass man sich bewegt, das Gleichgewichtsorgan allerdings meldet, dass man fest an einer Stelle steht. Zu erwähnen ist auch, dass Personen unterschiedlich stark zur Motion Sickness beim VR-Erlebnis neigen. Man sollte also darauf vorbereitet sein, dass manche Schülerinnen bereits nach sehr kurzer Zeit sehr heftig mit Übelkeit auf ein VR-Erlebnis reagieren könnten. Beim Einsatz von VR-Headsets im Unterricht sollte auf die Hygiene geachtet werden. Mittlerweile gibt es für die meisten VR-Headsets entweder Schutzauflagen aus Stoff oder aber Gesichtspolster aus einem Material, welches man mit Desinfektionstüchern abwischen kann. Ebenfalls sollten die Controller beim Wechsel der Schülerinnen entsprechend gereinigt werden. Beim Eintauchen in das VR-Erlebnis wird die reale Umgebung in der Regel vollständig ausgeblendet. Vor dem Einsatz im Unterricht sollte also die Umgebung entsprechend vorbereitet werden, sodass sich die Schülerinnen nicht verletzen können, während sie das VR-Headset aufhaben. Sollten mehrere Schülerinnen im Klassenzimmer gleichzeitig VR-Headsets aufhaben, könnte es sinnvoll sein, ihnen jeweils eine Schülerin zur Seite zu stellen, die darauf achtet, dass es nicht zu ungewollten Zusammenstößen oder sonstigen Verletzungen kommt. Aus der praktischen Erfahrung heraus zeigt sich, dass der Einsatz von VR-Brillen in Klassen, die diese Technik zuvor noch nicht verwendet haben, zu hoher Motivation führt und die Schülerinnen es kaum erwarten können, die Headsets aufzusetzen. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass die Lehrkraft in der Regel komplett ausgeblendet wird, sobald das Headset aufgesetzt wurde. Von daher ist es wichtig, alle Anweisungen und Ansagen klar und verständlich zu geben, bevor die VR-Headsets aufgesetzt werden. Auch sollte klar abgesprochen sein, dass die Headsets auf Aufforderung der Lehrkraft ohne Verzögerung abgenommen werden müssen, wenn eine entsprechende Anweisung erfolgt. Es hat sich auch bewährt, vor dem Aufsetzen der Headsets die Einstellungsmöglichkeiten am Headset, wie Augenabstand oder die Befestigungsmöglichkeiten, ausführlich kennenzulernen, ebenso wie die Controller mit den unterschiedlichen Knöpfen. Der Einsatz von VR-Headsets im Unterricht erfordert in den meisten Fällen einen erhöhten Vorbereitungsaufwand. Man sollte zunächst sicherstellen, dass die benötigte Hardware und alle Kabel möglichst vor Beginn der Unterrichtsstunde angeschlossen wurden. Außerdem sollte der Raum entsprechend ausgewählt und vorbereitet sein, sodass das Verletzungsrisiko beim VR-Erlebnis so gering wie möglich gehalten werden kann. Generell, aber vor allem wenn mehrere VR-Headsets im Klassenverband eingesetzt werden, hat es sich bewährt, dass eine weitere Lehrkraft anwesend ist und sich um gegebenenfalls auftretende technische Probleme kümmert. Die Schülerinnen melden sich dabei mit einem vorab abgesprochenen Handzeichen, wie zum Beispiel dem Handheben mit abgespreizten Fingern, um auf ein technisches Problem aufmerksam zu machen.